Loser Albana! Er kickt mich einfach raus! Please! Haben wir das. So, ich glaube, wenn ich so springe, würde ich ziemlich gut sein. Nein, 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 nein! Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Heute ist wieder Last-Team-Standing-Zeit. Challenge-Time. Flying-Cast. Ich lese mir vor, was wir machen müssen. In diesem Last-Team-Standing müsst ihr versuchen, in eines der vier, beziehungsweise acht Löcher zu fliegen. Schafft ihr dies? Warten entweder Pistolen oder bei den kleineren Löchern, nicht zu verwechseln mit Deko seinem Arschloch, Panzerfäuste, Haftbomben und Mikro-MPs, mit denen ihr eure Gegner bekämpfen müsst. Nice! Das wird richtig geil! In euer Gesicht. In das gegnerische Gesicht, meine ich. Ins gegnerische Gesicht. Leute, einer hat Sexy Boxer schon. Keine Modder oder sowas, hier einen Strich durch die Rechnung machen. Genau. Also Abschluss, super sportbar. Es spielt einfach so, wie es gespielt werden soll und dann wird das hier unterhaltsam. Oh, okay. Also wie gesagt, wir zocken jetzt komplett blind, vorher nicht getestet, aber wir müssen... Ich lese gerade auf Twitter, dass... Hier jetzt rein. Last of Fantasy schreibt, Deine Lehrerin hat heute entschieden, dass die Klasse als Abschluss-T-Shirts ein Hoden-Cobalt-T-Shirt nimmt. First Try drin! Du bist echt komplett... Leute, ich bin... Ach Scheiße! Leute, ich bin ausgestiegen. Ich wollte respawnen, man kann ja nicht respawnen wie die, Alter. Nein! Wir uns gegenseitig abgeschossen, das kann nicht mehr aus einem! Fuck! Und da fliegt er! Los, nix, ein bisschen nach rechts drehen! Oh, das hättest du packen können. Mit nach rechts, der hat es geklappt hat. Also mit so seitlich... Ja, genau. Oh, der wird verfolgt von Pistolentypen. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, richtig böse! Ihr könnt jetzt die Reifen zerschießen und ihn richtig fertig machen. Ja. Aber... Oh, der wird richtig Reifen zerschießen. Das ist jetzt wie... Alter, jetzt sind hier... Wie Wölfe einfach mal so ein Reh jagen. Guck dir das an, Mann, der Arme! Oh, die Reifen gehen kaputt. Ich glaube, das war's mit ihr. Das wird nichts mehr. Er müsste jetzt eigentlich aussteigen und sich ein anderes Auto holen. Aber der Typ hat, glaube ich, kein Seawasser getrunken hier. Er versucht es jetzt mit kaputten Reifen. Ich verspreche dir, das wird nichts. Nee, darf nicht. Das kommt zu weit. Aber der hinter ihn! Ich glaube, der ist fast wieder... Das kann ihn eigentlich... Oh, doch nicht. Ich wäre ausgestiegen und hätte ihn aus seinem Auto gezogen. Hundertprozentig. Weil der war gerade auf dem Dach. Ich hätte ihn richtig outplayed. Jetzt hat er ihn outplayed. Und ist er tot? Was, der stirbt einfach nicht. Okay, jetzt ist er tot. Drei Leute leben noch. Lull! Einer von uns hat sogar... Lull! Er hat doch mit drauf gelandet! Oh, man! Schade! Aber so eine Treibjagd machen wir auch gleich, Deko. Nach oben gehen, schöne Pistole holen und dann Treibjagd. Hat er sich keine Waffe geholt? Ich weiß es nicht. Los, den bringst du noch um! Los, den bringst du noch um! Das ist der letzte Auftrag! Du musst einen umbringen! Ja! Los, den ist... Oh! Aber einer hat er noch umgebracht. Ich finde diesen Modus extrem geil. Nur bin ich leider als aller, aller erstes gestorben. Zusammen mit meinen Kontrahenten. Jetzt versuchen wir in der zweiten Runde ein bisschen strategischer zu spielen. Es ist vielleicht gar nicht so schlau, wirklich am Anfang schon rein zu fliegen, weil da ist die Hölle los. Ich will jetzt in den Pistolen-Spot rein. Das reicht mir. So, wir sind jetzt auf der orangen Seite. Ich bin zum Glück ganz vorne und... Deko, willst du... Ah, ne. Wollte grad fragen, ob du bei mir rein willst, aber... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Du willst? Oh, jetzt haben wir hier diese scheiß mal Boss-Erfahrung. Ja, Deko ist neben mir! Hi, Deko, man! Richtig, AIDS. Los, direkt in die Pistolen-Scheiße. Nee, ich will hier, bitte. Pistolen-Scheiße! Nicht ram, nicht ram, nicht... Oh, war das scheiße! Ich bin zu hoch, Alter. Das war richtig kagge! Fuck! Ich fahr jetzt extra von der anderen Seite. Man kommt nicht mal rein. Weil die Leute denken dann so, hä? Von der Seite hab ich ja gar nicht drauf gehabt. Da fliegen sie! Ach so, das ist auf dem... Ist auch mit dem Teergelände hier, oder was? Nee, Flughafen! So! Ich komm jetzt rein, Alter! Jetzt! Komm, Baby! Und! Uuuui! Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter! Ja, das ist ja... Wie assig ist das, dass man mit vollem Anschwung zu hoch... zu weit springt? Fuck! Ich brauch... Nein! Ich brauch ne Pistole! Lass mich in Ruhe! Huh! Marvin, wie kommst du da rein, Alter? Warte, warte! Nein! Fuck! Ich kann... Halte die da auf! Ja, ist tot! Nice! Schnell, schnell, schnell! Ja, mit Skill komm ich da rein! Mit Skill! Wie viel Schuss hab ich? Zu wenig! Digga, aber wenn man mit vollem Anschwung fährt, ist man zu hoch! Ist man zu schnell! Warte, warte! Ich komm... Ich hab mir sogar ein Blaues! Ich hab mir sogar ein Blaues! Ich muss jetzt ankalkulieren, wie man springt, wie schnell man fährt! Nice! Er ist tot! Ohhhh! Weiter geht's! Oh, ich bin schon wieder ausgestiegen, bin ich! Oh! Fick mein Atmen! Das ist nicht mein Play-Mode, Alter! Wir gehen jetzt auf Jagd, Leute! Wir gehen jetzt richtig auf Jagd! Kommt her! Mir ist jetzt der Reif kaputt gegangen! Wie ist das denn passiert? Mach mal ein neues Auto! Nehmen wir das! Ey, das ist nicht mein Spielmodus! Ich find den Modus scheiße! Ich find den richtig geil! Ich find's einfach Schwanz, dass man nicht reinkommt, wenn man einen vollen Anschwung hat! Dass man sich dann auch irgendwie zwischendurch abbremsen muss, wenn man zu schnell ist! Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Hallo! Huhu! Ähm... Ja! Yeah! Loll! Treibjagd! Digga, mach doch mal irgendwas! Ja, bin ich! Jawohl, der wurde gerammt! Hauptsache, macht er aber seine Tür auf oder was? Was ist los mit ihm? Kill wen! Ja, bin doch dabei! Der springt! Das war ein Fehler, zu springen! Oh! Oh! Gleich hat er auch eine Person und schießt mich One-Hit weg! Ey, du bist... Ich will dich haben! Ach, guckst du mich schon wieder zu, oder was? Ja, tu ich... Ja! Ja! Ey, das kann doch nicht... Verpiss... Sehr schön! Der soll sich anders zu, Alter! Den will ich unbedingt haben, hier! Wow! Wuhu! Du, du warst ein Kollege! Ja! Ja! Alter! Fick ihn! Warte, wir machen das jetzt so! Ja! Ja! Das hat eine halbe Stunde gedauert, ey! Das hat echt lange gedauert, aber mit so einer Pistole ist gar nicht so einfach! Sieg! Komme nicht in die Löcher! That's what he said! Alter! Das ist ein scheiß Schnupfen! Sorry muchachos, wenn ich hier immer so ins Mikrofon schnupfe! Ja, wir cranken immer noch ein wenig rum! Jetzt bitte lass mich einmal in so ein scheiß Loch reinkommen, ey! Repetects! So, Baby! Ich sagte jetzt schon mal, das ist keine sehr gute Idee! Ah! Und... Oh! Ich bin drinnen! Oh! Ich hab meinen Jasko-Kill! Nein! Ich hab keine... Ich hab keine Funktion mehr! Ah! Nein! Da hat sich einer eingewischt! Please! Jetzt schauen wir mal Deko zu! Ach, der hat... Alter, das wär so skillig gewesen, ey! Nice! Deko ne... Nein! Okay! Digga, ich hab... Komm, jetzt hast du ihn! Aber Repetects hat krasse Waffen! Wenn er... ...was damit anfängt! Nein! Nice! Der einer hat's richtig gut gemacht hier! Der... ...Leon Sex! Der hat auch gute Waffen! Der hat den richtig geil mit der Haftbombe erwischt! So richtig draufgeklebt! Mit Kleber! Oh! Oh! Das ist getroffen! Das wär schon skillig! Jetzt aber easy going! Oder Loser! Oder auch nicht! Oh oh! Nichts mit Haftbomben jetzt machen! Du gehst wieder mit dem Bogen raus und schaffst wieder rein zu springen! Oh! Eben gerade! Dieses Pistolduell! Die macht ja wirklich gar kein Damage! Gar nichts! Und wenn ich es schaffe rein zu springen, dann schlägt er noch kurz! Warte, ob noch irgendwer anders reingesprungen kommt, den ich wegballern kann mit Raketenwerfer! Lose Olvada! Er kickt mich einfach raus! Please! Haben wir das! Oh man! Ich glaube, wenn ich so springe... Nein! 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 Was ist denn los mit euch?! Please! Also man kann doch nicht zu zweit fahren, Deko! Oh! Ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich bin drinnen! Ah, that's what he said! Oh fuck, da ist noch einer drinnen! Ich will aussteigen! So! Pistole! Geben sie mir Pistole! Gehen wir hinten rein! Gehen wir hinten rein! Gehen wir mal Level! Jaaa! Hilfe Deko! Jaaa! Jetzt sollen doch nicht alle SMGs sein hier! Ah! Jetzt muss ich noch weiter rum chillen und warten, bis wieder Munition kommt! Nein! 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 Er hat eher das an sich gemacht! Ich hab vorher erst gedrückt! Und dann schubst er mich runter oder was?! Hat er gut gemacht! Wow! Alter, mir wurde er richtig schwindelig! Okay, ich hab mich schon wieder selber umgebracht! Ey, das hat er so nice gemacht! Hätt ich mich nicht selber umgebracht, wär der andere Typ nicht gestorben! Ich hatte bisher nur eine gute Runde! Also die lange lief! Wir schauen einfach! Das wird einfach ein Muchacho! Let's play! Oh! Da fliegt einer! Ich hoffe nicht rein! Oh! Er ist fast geschafft! Aber jetzt komm! Hau ihn weg den Joker! Schön auf die Reifen schießen, dann kann er nichts mehr! Oh! Der hat sogar eine SMG! Traumhaft! Go, Albana! Go! 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 Go, Albana! Go! Do it for the kids, man! Do it for the Ziegen, man! Oh! Wen will er haben? Oh! Hinter ihm ist jetzt auch einer! Oh! Der ist jetzt free! Der ist sowas von free! Albana! Zu lanter! Was machst du da? Was machst du da? Oh man! Okay! Jetzt wird's echt noch knapp! 5 zu 3! Ich hoffe unsere Leute haben alle eine Waffe! Bei Loser LED läuft's gerade nicht ganz so schmuf, will ich mal sagen! Der hat sich irgendwie festgehangen! Schauen wir mal weiter! Ich guck mal bei ESM Player 2! Ja! Rammt den nochmal schön weg! Und dann klatscht ihn! Nice! Ja! Sehr schön! Einmal drehen und jetzt schön ins Gesicht! Ins Gesicht! Alter, jetzt bin ich mit drei Leute aufgedrungen! Nice! Komm! Jetzt wüsst ihr mal langsam treffen, Jungs! Jetzt! Jetzt! Warte! Wo ist eigentlich der letzte? Ich glaube der letzte! Ja! Der letzte! Ich glaube der holt sich jetzt richtig krasse Waffen und knallt alle weg! Oh! Das wäre... Hätte aber schon ein Skill, würde ich sagen! Ich glaube... Der ist nicht da oben! Der ist echt! Der RPG! Der Raketenwerfer! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Okay! Aber eigentlich könnten wir die jetzt da chillen, ne? Muchachos von beiden Seiten! Von beiden Seiten da hochfahren! Dann fickt ihr den von allen Seiten! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Echt? Da fällt der! Nice! Nice! Hoppala! Ich habe fast die Kamera umgeschlagen! Nice! Runde Gewinner! So jetzt steht es 3 zu 1! Jetzt Match Point! Ich will jetzt bitte einmal ein wenig länger überleben! Das wäre... Ich bin sogar... Ich habe zwei Kills code! Ich bin dritter! Nice! So komm! Die macht es mit mir! Aber wir wollen ja jetzt wieder mehr streamen! Der Februar war jetzt sehr stressig, deswegen gab es so wenig Streams! Genau! Vor dem Februar hatten wir mal eine Zeit, wo tatsächlich dann mal relativ viele Streams kamen! Wo eigentlich jede Woche ein Stream war oder so! Nein! Das wollen wir eigentlich wieder haben! Da wollen wir wieder hin! LOL! Please man! Wenn ich jetzt so gestorben wäre! Alter wir! Wirst du die sogar vor meinem Auto gelaufen gerade? Huh! Ich will nur hier rein! Lass mich! Der will mich trollen! Der will mich sowas von trollen! Fickt euch! Ey und ich bin wieder zu hoch ne! Ring, 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 ring! Aber wir werden nicht richtig gestorben! So dann machen wir doch mal hier! Die Punkte klar! Oh oh! Ja das Ding ist da oben! Last fucking ground! Irgendwer von uns hat's reingeschafft bei... Wie viel Pech muss man denn haben, Alter! Wuiiii! Hauptsache ich wollte über die Rampe fahren, um wieder auf die andere Seite zu kommen! Und genau da, wo ich hochfahre kam mir das Band-Diegen! Oh hier ist alles von uns gesetzt! So haben wir jetzt Shadowplay ausgestiegen! Schade! Das kann nicht so schlau! So wo sind die Waffen! Geben sie mir Waffen! Ach da hinten an der Weine! Ich steig schon mal aus! Nice! 24 Schuss! 24 Schuss! Mehr Schuss bitte! Warte! Noch mehr Schuss! Oh oh! So das reicht mir! Und jetzt! Geh dich auf! Lol du ist verloren! Ich bin doch gegen die Wand geflogen! Warte! Hallo! Roll dich doch mal! Da fliegt gerade einer rein! Oh ich bin schon wieder tot ey! Echt? Oh mein du aber! Aber diesmal wurde ich tatsächlich getötet und bin nicht selber gestorben! Okay! Treibjagd! Hä? Wo ich gerade stehen geblieben war! Jetzt wenn in Zukunft wieder öfter Streams kommen sollen dann wollen wir uns auch mal wieder abwechseln! Genau! Oder schon wieder nur die Pistole! Ja! Aber den hole ich mir! Schön auf die Reifen schießen und dann... Aber das Ding ist auch ich glaube diesmal hat sich das gegnerische Team die Panzerfäuste gesnackt! Oh! Das sieht echt böse aus! Aber das schaffen wir auch! Eigentlich müsste ich mir nochmal einen Orangenwagen holen! Oder ich... Oh ich müsste jetzt eigentlich nochmal in die Mitte! Hm! Sneaky sneaky! So leicht die kommst du mir nicht man! Das ist versuchen! Ja! Fliegen wir richtig! Ja! Und! Das ich immer auf... Und immer rechts klick und... So kommt die Scheiße verlassen! So ja jetzt aber! Hust du den gekillt? Nein, dann habe ich gekillt, sieh Ich habe mich zugetroffen Komm und jetzt in den kleinen Schlitz hier ProBuzzer! ProBuzzer! Ne Aaaaaah Aber wir laufen so weich Butterweich Da ist glaube ich auch niemand drin, oder? Das könnte gut sein, das könnte richtig gut sein Warte, erst mal holen Da ist auch einer hier in den linken Ist nix Da wird einer noch verfolgt Ah, den holen wir uns gleich Hinter uns! Naja Komm zu Daddy Ich habe nur noch... Digga, ran mich doch nicht! Wir sind ein Team, Mann! Was ist los mit den Leuten? Warte, den holen wir uns erst mal Aaaaaah Oh oh, jemand hat echt zwei Leute weggerotzt Nicht gut, ne gut Ich will jetzt erst mal hier rein, denn hier chillt auf jeden Fall noch einer Den will ich weg snacken Snack this out! Und Butterweich Haben wir ihn? Nein! Oh oh! Oh oh! Da war jemand skilliger als du Uh! Der hat mir erst die Reifen zerschossen Und dann habe ich mich einmal gedreht Perfekt in seine Schussrichtung Und... Ah! War nicht ganz so schmuf! Es steht 5 zu 6! Einer ist noch oben! Aber der kann da oben verschimmeln! Konzentriert euch auf die Typen, die, äh... Die hier rumfahren! Und dann packt ihr das! Oh nein! Komm! Hau ihn weg! Ja! 3-3! Nice! Oh, das ist ein super spannendes Ding! Der eine ist immer noch da oben, deswegen lasst ihn ruhig da oben chillen! 3-2! Nice! Noch besser! Hat er sich umgebracht, oder was? Oh oh! Der hat Haftbomben! Pass auf! Der hat Haftbomben! Schieß ihn schön auf die Hand! Oh! Jetzt hat der MG rausgeholt! Ich wäre mit MG auch viel aggressiver! Viel, viel aggressiver! Okay, so machst du das echt schlau! Hinten durchschießen beim T20 ist schwierig! Deswegen immer schön hinter die behalten! 1 Minute 55 müssen wir noch durchhalten! Niemand darf sterben! Dann haben wir das Ding hier gewonnen! Der eine will ihn einfach nur noch mal einholen! So! Da fliegt einer runter! JackassGaming! Komm! Der hat bestimmt richtig geile Waffen! Da schauen wir mal eben rein! Ne! Der hat einfach nur ein kaputtes Aus! Oh! Nice! Trotzdem gut! 2-1! Komm! 1 Minute 30 Jungs! Ist es nur noch ein Typ da oben? Wir haben gewonnen! Jungs! Fahrt jetzt noch mal ein bisschen rum! Lass ihn da oben verschimmeln! Der kann sich da ein runter holen oder so! Und ihr fahrt in den Sieg! Obwohl ist er überhaupt... Ach! Der ist gar nicht oben! Und der holt sich jetzt die MG! Was ist denn mit ESN Player los? Der rasiert jetzt richtig! Komm! Schnapp dir die UC! Richtig gut! Oder er will da oben warten! Digga man! Du hast da oben alles! Geh auf Jagd! Aber nicht das! Hol dir die MG! Sonst wirst du da gleich weggeballert! Der wartet doch bestimmt nur drauf! Oder? Ich wusste es! Ja! Ja! Nice man! Matchgewinner! Wir haben es echt noch geschafft! Aber es war nicht unser Verdienst! Es war Verdienst von den Muchachos! Hat mir super gefallen! Er war Muchacho Army verdienst! 43.000 bekommen! Alter Schwester! Richtig viel Monetas bekommen! Also mir hat dieser Game Mode super gefallen! Diesen Game Mode werden wir auf jeden Fall nochmal mit KFD in den Couch Gamern oder sonst wem zocken! Ich hoffe euch hat es auch genauso gefallen! Zeigt es mit dem Daumen nach oben! Bis zum nächsten Mal! Ryan Gohouse!